Auf Turnieren sind immer dabei meine ganze Familie, meine Mama, mein Papa, mein Bruder und zum Teil auch meine Großeltern. Mein Mann, der kümmert sich um die Jungs auf dem Abreiteplatz und in dem Parcours, er übernimmt das Training ganz komplett, das habe ich nur ganz zu Anfang gemacht, als die kleinen Springen dran waren, jetzt bin ich mit den Pferden unterwegs, ich kümmere mich um die Pferde, um den Stall und sieh zu, dass die Kinder ordentlich angezogen sind, dass sie alles mithaben auf dem Turnier, dass alles läuft. Wenn wir den Parcours abgehen, dann schauen wir uns alle Distanzen an und dann sage ich den Jungs nochmal, das ein oder andere, vielleicht die Distanz ein bisschen vorwärts oder rückwärts oder die Wendung ein bisschen enger reiten, ein bisschen weiter reiten, aber sonst im Großen und Ganzen wissen die schon, was sie machen müssen. Bis zum nächsten Mal.